Super schickes Penthouse mit Galerie, Gastbezug, Kansanierung, wir fangen gleich mal in der Galerie oben an, super hell mit Einbaustrahler, Lichtschlitzen, Fenster gehen automatisch, da wir natürlich im Nachtbeschluss sind, da wir natürlich auch ein paar schräge Fenster, aber das ist sehr, sehr wenig. Wir haben drei Bäder, zwei Duschbäder, ein großes Anbad mit Einbaustecken, hier das Arbeitsbereich sozusagen oder Kinderbereich mit Duschbads. Dann geht es gleich weiter zum ersten Buschbad, natürlich schönes Handbauschbecken, Vorhänge, Witze, viel in Glas gehalten, ebenerdliches Buschbad, dann geht es weiter zum großen Vorbauerraum, natürlich wieder mit elektronischen Fenstern und Deckenflutern. Klick ins Wohnzimmer, von der Galerie aus gesehen. Klick von der Galerie, ins Wohnzimmer, hinten mit Einboden, auch schon bei Westbalkon, großen natürlich, geht alles elektronisch hier, der Abgang zum Wohnzimmer, ein großes Wohnzimmer, großes Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer haben heute auch ein bisschen Glück mit dem Wetter, hier haben wir ein bisschen Sonnenschein, hier unten haben wir ein Duschbad, dazu kommt das große Wannenbad mit beiden Schlafzimmern, 250 KM, hier haben wir ein Kamin, Erstes Schlafzimmer. Einbauschränke. Viel Elektronik, alles elektronisch. Ich habe leider nur ganz kalt draußen, deswegen sind die Fenster gefroren. Hier geht es ins Badbereich mit Handtuchheizkörper. Hier haben wir noch einen E-Bahn-Leiterschrank. Hier haben wir noch einen E-Bahn-Leiterschrank. Das erste Schlafzimmer geht zurück im Bodenbereich. Unter der Treppe auch Einbauten für Bücher, als Bücherregal zum Beispiel. Links der Kamin. Jetzt haben wir hier den ganzen Küchenbereich vorbereitet schon. Jetzt haben wir hier mal einen Blick aus dem Küchenbereich ins große Wohnbereich. Große Terrasse. Der Kamin-Leiterschrank. Der Kamin-Leiterschrank. Wie gesagt Terrasse westseitig. Der Kamin-Leiterschrank. Der Kamin-Leiterschrank. Der Kamin-Leiterschrank. Jean-Leiterschrank. Wir haben hier einen kleinen Zugrahmen für Büro und Garderobbereich. Oder Gonderobbereich. Peter Berichtmann. Super helle Wohnungen. Gäste wird sie. Natürlich als Vorhänge-WC mit Ablage. Einmal stecken und spiegel. Hier nochmal der Verdeuerbereich. Büro, Anzeige, Gäste. Richtung Ausgang. Dann haben wir hier ein ebenerdiges Buchspart mit Fenstern. Einmal stecken und spiegel. Kleinen Dealen-Bereich. Wohnzimmer, Schlafzimmer. Und hier nochmal der Küchenbereich. Wie gesagt, Wohnung sehr, sehr hell. Dann geht's hier zum zweiten oder ersten Schlafzimmer. Wir stehen halt in beiden Schlafzimmern hier unten morgens mit der Sonne auf. Im Wohnbereich haben sie abends sozusagen die Abendsonne. Das ist etwas größeres Schlafzimmer. Aber eben auch super helle. Überall genügend Steckdosen. Elektro, alles elektrisch. Dann haben wir hier den Dealen. Bereich zur Küche und zum Lebensbereich. Dann haben wir hier ein Duschbad. Eckbadewanne. Alles, was sie sattetiert. Hier ein großes Duschbereich. Hier ein großes Duschbereich. Anschluss-Maschmaschine. Schöne Eckbadewanne. Kommt schön die Sonne morgens rein, wenn sie in Baden sind. Großer Weischtisch. Großer Spiegel. Verlette als Vorhänge-WC natürlich. Hier wieder die Handu-1-Kürbe. Die überall natürlich Deckenstrahler drin. Die überall natürlich Deckenstrahler drin. Mit riesigen Dusch. Mit riesigen Dusch. Strahlen da oben. Wahnsinn. Dann gehen wir zurück. Dann gehen wir zurück zum super großen Hellen-Buhn-Bereich. 다 löst. Wir müssen jetzt wieder ziehen. Wir müssen zurück zum Super-Bereich. Und jetzt wieder zu diesen. Wasn't 100g sehr geflicktes Haus Danke für die Zuschauen Budenthaus Grunewald opponent für euch einen schönen tag schönen dich schönen nachts nachmittags Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.